Moin vom Sylt 1 Wetterdeck. Heute ist Donnerstag und es wird wieder ein wunderbarer Spätsammertag. Die Sonne scheint 12 Stunden ungehindert vom Sylter Himmel und die Tageshöchsttemperatur liegt bei 21 Grad, was sich aber etwas wärmer anfühlt. Der Wind weht aus Osten und erreicht maximale Geschwindigkeiten von 21 Stundenkilometern gegen 20 Uhr mit vereinzelten Böen von 35 Stundenkilometern. Der Sonnenuntergang ist heute um 19.32 Uhr. Und der Sylt 1 Wettertrennt. Auch am morgigen Freitag bleibt der Himmel über Sylt wolkenlos. Für Samstag sind dann wieder einige Wolkenfelder in Sicht. Es bleibt aber sonnig und trocken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017